Also noch mal, wir müssen noch mal. Wir essen jetzt noch Mehlwürr, wir haben es zwar schon gegessen. Und Heuschrecken. Wir müssen noch mal. Ich habe nur noch ein Hausten gehabt vorher. Ist nicht so schlimm wie ich gedacht habe. Salz wäre es besser. Ja, ein bisschen mehr Gewürz dran. Machen wir mal zu. Was sind denn Ungewürz? Ach schon, es sind Ungewürz. Ja. Oh ja, ist gut. Für Ungewürz sind sie gut gewürzt. Oh, jetzt habe ich Mehlwürr mit der Nase. Also jetzt die Wüste heuschrecken. Ja, diese sind jetzt schon eher ein bisschen ein Problem. Kostet uns ein bisschen mehr Überwindung. Also ich gebe, ich nehme die Flügel weg. Ja, ich nehme die Flügel auch weg. Vor allem das Problem, wenn ich schon zu Hause habe, ich kann schon zu Hause die Toten nicht anlangen. Mhhhhh. Mhhhhh. Also die Flügel habe ich weg. Die Flügel finde ich knarchig und die Flügel. Jetzt zieh die einfach so weg. Oh ja, ich habe gerade halbiert. Also, Prost. Nein, warte noch. Warte noch. Mh, hast du den Kopf vergessen? Einer! Also ich decke ihn jetzt hier so. Es ist also nützlich. Komm, einfach, dass wir noch mal haben, nehmen wir noch einen. Nimmst du noch einen? Ja komm. Nimmst du noch einen? Das ist nicht gesund. Ich habe immer noch Mehlwurm in der Nasse. Die finde ich jetzt echt einen komischen Geschmack. So? Es geht. Ich nehme jetzt noch einen, aber er ist gleich fertig. Ich finde Mehlwürmer ein bisschen feiner zu messen. Ja. Und hopp rein. Hopp, hopp rein. Gute Miteinander. Jetzt muss ich aber erst gehen. Jetzt haben wir noch das Bessere. Es gibt es sicher noch besser zu vorbereitet.